Nachdenkseiten Die kritische Website Wir sind Weltmeister im Maulheldentum Ein Beitrag von Jens Berger Nun hat die Fußball-WM in Katar endlich begonnen und wie erwartet politisieren die deutsche Medienlandschaft und allen voran die Öffentlich-Rechtlichen Das Fußballturnier weit über die Grenze des Erträglichen Die Botschaft ist klar Wir sind die Guten Und je düsterer wir die anderen darstellen Da Russland und China nicht dabei sind müssen diesmal vor allem die Kataris daran glauben desto heller wirken wir Der berüchtigte Wippschaukeleffekt den Albrecht Müller in seinem Buch Glaube wenig hinterfrage alles denke selbst ausführlich behandelt hat Die Heuchelei kennt dabei keine Grenzen und erst gestern zeigte das blamable Einknicken der europäischen Verbände in der sogenannten Bindenaffäre dass man den Europäern sollte es sportlich nicht so laufen zumindestens den Weltmeistertitel in der Disziplin Maulheldentum verleihen muss Ging es bei früheren Fußball-Weltmeisterschaften in der Rahmenberichterstattung vor allem darum wie 22 junge Männer das Runde am besten ins Eckige befördern sollten muss das aktuelle Turnier als Projektionsfläche europäischer Befindlichkeiten herhalten Anspruch und Wirklichkeit klaffen dabei derart grotesk auseinander dass einem das Anschauen der aufgeregt mit selbstgerechten Rahmenberichterstattung physische Schmerzen bereitet Waren noch bei den letzten Turnieren mehr oder weniger sprachgewandte Fußballer beliebte Studiogäste geben sich heute Vertreter von Menschenrechts-NGO die Klinke in die Hand Nun weiß selbst der letzte Fußball-Fan dass Katar Defizite bei der Gleichberechtigung und Akzeptanz Homosexueller hat und die FIFA ein durch und durch korrupter Haufen ist Eidert aus Das sind ja ganz neue Erkenntnisse Warum stellt aber niemand die Frage warum ARD und ZDF eben dieser korrupten und bösen FIFA stolze 214 Millionen Euro an Gebührengeldern überwiesen haben um die WM übertragen zu dürfen Der Spiegel berichtete darüber in einem verlinkten Artikel Maulhelden Man spielt das Spiel nicht nur mit sondern finanziert es sogar Dass die Vergabe der WM an Katar sicher kein Ruhmesblatt für den internationalen Fußball war steht dabei gar nicht zur Debatte Die Nachdenkseiten haben darüber in einem verlinkten Beitrag berichtet Wer diese Fehlentscheidung jedoch nun einzig und allein den Kataris und der FIFA in die Schuhe schieben will ist ein Pharisäer Man könnte sogar vermuten dass das allgegenwärtige FIFA und Katar Bashing vor allem dem naheliegenden Motiv folgt Europa und den europäischen Profifußball besser dastehen lassen zu wollen Der oben schon genannte Wippschaukel-Effekt Dabei sind DFB, UEFA, Champions League und die nationalen Profiligen doch keinen Deut demokratischer Auch hier bestimmen dubiose Funktionäre und milliardenschwere Sponsoren wo es lang geht Der Fan ist Staffage Er darf den Zirkus bezahlen mehr auch nicht Da soll noch einer mitkommen Katar ist böse weil auf den Baustellen Migranten aus asiatischen Ländern zu Hungerlöhnen schuften Das ist zu kritisieren Aber wo bleibt die Kritik daran dass beispielsweise der deutsche Konzern Adidas seine Kleidung zu Hungerlöhnen in Kambodscha fertigen lässt Adidas ist Ausrüster des DFB-Teams und offizieller Sponsor der UEFA sowie Hauptsponsor des DFB Ist die Ausbeutung eines nepalesischen Bauarbeiters so viel schlimmer als die Ausbeutung einer kambodschanischen Näherin? Ach ja Und in Katar sitzen ja auch nur reiche Männer in den VIP-Launches für die Fußball ein prestigeträchtiges Beiwerk ist Sicher Aber ist das im deutschen und europäischen Fußball so anders? In vielen europäischen Stadien sind Champions-League-Karten nicht für unter 100 Euro zu bekommen Und die 4- bis 5-stelligen Preise für die VIP-Launches sind für sogenannte normale Fans ohnehin nicht bezahlbar Ist der europäische Fußball in den oberen Rängen nicht auch nur Staffage für eine wohlhabende Schicht der es mehr um Meet & Greet als um den Fußball geht? Dafür spielt es in Europa jedoch keine Rolle welche sexuelle Orientierung die Fans haben solange sie sich die Karten leisten können Die Frage wie Katar mit Schwulen umgeht wurde von den deutschen Medien daher zur Gretchenfrage des Kommerzfußballes hochgejazzt Selbstverständlich darf man die Homophobie im arabischen Kulturraum kritisieren Das Ganze wird jedoch lächerlich wenn es zur Farce wird Die Nachdenkseiten haben in einem verlinkten Beitrag darüber berichtet Es ist ja eigentlich kaum zu fassen Aber noch heute gibt es in der Bundesliga keinen einzigen Spieler der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt Der Musiker Markus Wiebusch hat die Gründe dafür in seinem verlinkten Song Der Tag wird kommen eindrücklich aufgezeichnet Auch wenn dies keiner öffentlich wahrhaben will Auch der deutsche Fußball hat ein strukturelles Homophobie-Problem Doch das spielt ja alles keine Rolle wenn man mit dem Finger auf Katar zeigen kann Die ganze Debatte um die Regenbogenbinde mit der die europäischen Mannschaften ihre angebliche Solidarität mit der LGBTQ-Community präsentieren wollten zeigt jedoch hervorragend wie verlogen die gesamte Debatte ist Ursprünglich wollte auch ausgerechnet der DFB ein Zeichen gegen die Diskriminierung von Schwulen setzen und in Katar die Kapitänsbinde der FIFA durch eine Regenbogenbinde ersetzen Die Nachdenkseiten haben in einem verlinkten Beitrag darüber berichtet Gut gebrüllt, Löwe Doch dann folgte bereits das erste Einknicken Um größere Unstimmigkeiten mit der FIFA und dem Gastgeber zu vermeiden ersetzte man die mehr oder weniger bekannte Regenbogenbinde durch eine selbst kreierte One-Love-Binde mit der man sich gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und für Menschenrechte und Frauenrechte positionieren wollte Der Vorteil? Da kein Mensch diese Binde kennt hoffte man gleichzeitig den europäischen Medien so etwas wie Haltung vorzugaukeln ohne auf der anderen Seite bei den Verbänden und Sponsoren anzuecken Doch dieser Plan ging nicht auf und die FIFA kündigte an diese textile politische Instrumentalisierung des Fußballes zu sanktionieren Wäre der deutsche Kapitän Manuel Neuer mit der One-Love-Binde aufgelaufen hätte er beispielsweise damit rechnen müssen eine gelbe Karte zu bekommen Im schlimmsten Fall wären gar Punktabzug oder ein Ausschluss vom Turnier denkbar gewesen Diese Entscheidung hätte eigentlich Jubelstürme bei den kickenden Aktivisten auslösen müssen Gäbe es ein stärkeres Signal als sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit als Märtyrer für die gute Sache zu garieren Was wäre denn passiert? Wenn die acht europäischen Teams die angekündigt hatten mit der One-Love-Binde anzutreten kollektiv von der FIFA vom Wettbewerb ausgeschlossen worden wären Hätte man tatsächlich Haltung gezeigt wäre die FIFA sicherlich eingeknickt Und wenn nicht hätte man ein Zeichen gesetzt das stärker kaum sein kann Doch bereits die kleinste Drohung der FIFA hat ausgereicht um diese sogenannte Haltung der Maulhelden zu ersticken Dass die ganze Aktion nur ein PR-Manöver war und nichts mit echter Zivilcourage zu tun hatte war natürlich bereits vorher klar Aber dass die europäischen Verbände so wenig Rückgrat haben überrascht dann doch So geht die ganze Binden-Affäre als peinliche Posse in die Fußballgeschichte ein Aber zumindest ARD und ZDF haben jetzt wieder neuen Stoff über den sie sich selbstgerecht echauffieren können FIFA-Böse, Katar-Böse Wir sind aber die Guten Egal ob wir Haltung, Rückgrat und bunte Binden haben oder nicht Auf die Idee aus Protest gegen die FIFA-Entscheidung das morgige Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Japan einfach nicht auszustrahlen ist bei ARD und ZDF sicher noch niemand gekommen Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast Dieses Audio konnte nur entstehen weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte